Hallo liebe Weinfreunde, hier ist wieder euer Dirk Keller. Wir sind heute in Birgweiler beim Weingut Wolf und heute nehme ich euch mal mit zur Weinlese in den Weinberg. Kommt mal mit! So, wir sind jetzt hier im Weinberg vom Matthias Wolf vom Weingut Wolf in Birgweiler. Matthias, dafür vielen Dank. Matthias, kannst du uns kurz was zum Weingut und zu dir erzählen? Gerne, ja. Also erstmal herzlich willkommen. Zum Weingut kann man vielleicht ein paar Sachen erzählen, ein paar Sätze. Es ist so, dass das Weingut 1620 erstmalig in der Dorfchronik von Birgweiler erwähnt wurde. Das war dann der Winzer Hans Wolf. Wie viele Weinberge der gute Mann hatte, weiß man halt heute nicht mehr so genau. Kann man nicht mehr so genau nachvollziehen. Es war auf jeden Fall so, dass mein Vater das Weingut dann auch wieder von meinem Opa übernommen hatte. Der Opa hatte eigentlich nur die Trauben produziert. Diese sind dann an die Genossenschaft verkauft worden. Mein Vater hat dann angefangen mit dem ersten Weinjahrgang, das war dann 1975, die ersten Trauben dann zu keltern und danach quasi als Wein auszubauen und hat dann die Stammkundschaft aufgebaut. Ich bin jetzt seit 2010, also schon jetzt seit elf Jahren tatsächlich im Weingut. Mit jedem Jahrgang geht auch immer ein Jahr rum. Der Einstieg war eigentlich echt ganz erfolgreich. Es gab ja dann 2010 das erste Mal den Weinwettbewerb von den ganzen Jungwinzern der Südpfalz. Wurden dann damals auch mit dem ersten Jahrgang, den ich als Kellermeister selbst verantwortlich hatte, auch wirklich sehr gut ausgezeichnet. Sind dann Dritter geworden von ungefähr 70 Jungwinzern der Südpfalz. Das darauffolgende Jahr sind wir dann zufälligerweise auch wieder Dritter geworden. Das war eigentlich ein sehr gutes Sprungbrett für den Einstieg ins Weingut. Matthias, auf was genau ist denn jetzt noch zu achten, bevor die Lese beginnt? Genau, also wir sind jetzt eigentlich jeden Morgen immer draußen im Team, gucken uns an, wie die Trauben aussehen, ob alles gesund ist, ob die Traubenkerne braun sind. Können dann mit Hilfe des Refraktometers ein Tröpfchen von der einzelnen Beere auf das Gerät drauf tun. Man schaut dann einfach in das Licht nach oben und durch die Lichtbrechung kann man dann erfahren, wie viel Zucker in der Traube erhalten ist. Das heißt, die hier liegen jetzt ungefähr bei 95 Öchsner, sind im Prinzip hochreif und werden wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann geerntet. Und wo genau, in welcher Lage befinden wir uns jetzt gerade? Jetzt befinden wir uns gerade im Kastanienbusch in Birkweiler. Liegt sehr hoch hier, müssen auf 250 Höhenmeter. Haben ja gerade eben auch zusammen die Weinberge, besonders die Weine, die Trauben schon mit dem Refraktometer zusammen gemessen. Die liegen jetzt ungefähr so bei 95 Öchsner. Werden wahrscheinlich voraussichtlich morgen oder übermorgen dann geerntet. Sind ja quasi kerngesund und sehen wirklich sehr schön aus. Ja, das sieht gut aus. Matthias, vielen Dank für die schönen Eindrücke. Dann bleibt mir nur noch den schönen und super Jahrgang 2020 zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, die Prognosen sehen ja ganz gut aus für dieses Jahr. Okay, zum Wohl. 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 Vielen Dank.